Du, ich raff das irgendwie gerade gar nicht. Du kennst die Namen von dem Mädel immer noch nicht. Showviz. Ich bin jetzt gerade wirklich überhaupt nicht in der Stimmung, um zu streiten. Okay? Das altert nicht wie wir in Jahren, das altert in Länge. Ich will das nicht Zufall, sondern schwacher Plot nennen. Ihr Hipstertum ist keine Entschuldigung.